Hallo und herzlich willkommen zu Let's Noob Arthstone Folge 15. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt, weil ich dann so frustriert war, weil ich habe dann nochmal einen Abend gespielt und dann jedes Spiel verloren. Und dann hatte ich mein Deck zusammengestellt, habe die letzten zwei Aufnahmen gemacht und dann war so viel anderes zu tun, dass es irgendwie untergegangen ist. Jetzt ist der Stand so, dass die Saison für Oktober nur noch 10 Tage geht und ich mich jetzt ein bisschen eilen muss. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht so lange quatschen. Und würde sagen, wir gehen einfach mal in ein gewertetes Spiel rein und gucken einfach mal, was so passiert und was uns so erwartet. Und, ja, gucken wir einfach mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Na komm, gib mir einen Gegner. Ah, Gegner gefunden. Bam. So. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Das Licht wird den Sieg bringen. Äh, gegen einen... Ich finde die eigentlich ganz nett. Gegen einen Schurken habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Komm. Na ja, dann... Wir danken Kontrolle. Glory, halleluja. So. Dann kicken wir doch mal. Dank ein Wort Schmerz. Das ist an sich auch ganz nett. Machtwort Schild. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben jetzt bloß noch zwei Mana, ne? Und nochmal Machtwort Schild. Na dann. Gut. Der hat drei Leben, dann pumpt er mich auf zwei Leben runter, aber effektiv kann er mir nicht wirklich... Wir lassen uns, wir lassen das jetzt einfach mal dabei. Und... Was? Ah, man, no. Das war jetzt so definitiv nicht geplant. Das war jetzt so. Aber gut. Es ist so, wie es ist, ne? Was will man machen? Das kommt dann als nächstes. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja. Ja. Das ist jetzt... Das Spiel läuft schon wieder richtig schufa. Theoretisch hätte ich jetzt natürlich die zwei auch definitiv platt machen können, aber irgendwie... Aber irgendwie... Nun. Oh ja, ich könnte ja im nächsten Spiel meinen... Äh... Dingens spielen. Mein... 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 Ja. Meinen Goblin-Leichtwächter... Leichtwächter. Oh Gott. Leibwächter. Ich bin... Ich bin... Ja, das solltest du dir gründlich überlegen. Genau das denke ich nämlich auch, mein Lieber. Ist jemand verletzt? Nein, es ist niemand verletzt. Das ist alles gut, meine Lieber. Puh. Nun. Heisegut. Äh. Ja. Nun. Was, 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 was mit mindestens fünf Angriffen. Na, das ist super, weil da bringt mir nämlich... Nullinge. Geht hinter mir in Deckung. Geht hinter mir in Deckung. Dann gehen wir doch mal hinter dir in Deckung. Das war's. Puh. Nun. Nun. Wenn er sie ist, jetzt mit... Ah, no. No. Don't do that to me. T-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t. Juuu. gut die frage ich jetzt natürlich folgende mit maximal drei angriff mit mindestens fünf kann ich den da drauf ja dankeschön so dann den herauf und den ausstüllen so und dann könnte ich theoretisch hier noch einmal drauf haben nun denn es läuft nicht so wie ich mir das gewünscht hätte ja das war ja klar ja ja hau drauf mach du ist okay wenn ihr eine karte ausspielt wie viel habe ich drei fünf ok ok theoretisch könnte ich jetzt ihn spielen ah man ich bin blöde ich bin blöde ich bin blöde so und dann kann ich mit ihr könnte ich jetzt theoretisch noch zumindest das schon mal weg brezen ich ja vorher schon machen können dann heilen nun hier vier karten also vier karten das ist schon eine menge gut dann darf ich eine karte ziehen sehr schön das war auch klar zerstört die waffe eures gegners der war gut zerstört die waffe eures gegners der keine waffe hat aber hey egal so dann wollen wir doch mal das zumindest machen dass wir hier entsprechend jo vielen dank dann und dann können wir theoretisch mit jeder einmal angreifen tja nun sturm lanchen kommando wäre natürlich auch nicht schlecht oh man ey kriegschkrise so heilige nova fliegt allen fans zu ich könnte jetzt natürlich theoretisch könnte ich ja das hast du tatsächlich so dann spüren wir mal die nova dann machen wir das noch und dann sind wir durch so knirf ich meine erfüllung gefällt du warte nicht lassen kannst so dann machen wir mal diesen heilige pein verursacht zwei schaden das ist an sich auch ganz nett mit dann kann ich noch ein bisschen was mehr machen wir müssen den sonnenbrunnen läutern theoretisch könnte ich jetzt auch noch den spielen das könnte ich an sich auch noch machen die frage ist inwieweit nein das hebe ich mir auf 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 das könnte auch ganz nützlich sein wenn dann vielleicht mal eine große kreatur um die ecke kommt eventuell irgendwann mal das hebe ich mir auf dann 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 schlecht. Der hat zwei, das würde natürlich theoretisch locker aufgehen. So dann machen wir mal ein Danke, weil wer Lob kriegt, darf sich auch. Der war natürlich schöner gewesen, obwohl ich habe ein Schadenwort Tod auf der Hand. Ah, schön, 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 schön. Mach deine eigene Karte kaputt, nicht super. Do it, my lovely dear, do it. Nun denn. Nun denn. Jetzt heilen wir die Spute nochmal. Wir kriegen jetzt natürlich unseren Herr der Arena, der uns gerade Null bringt. Das ist jetzt natürlich leicht blöd. Wir warten einfach mal ab. Nächsten Schug. Wir haben beide nicht mehr die Welt an Leben. Dann sie mich noch einmal angreift und hat jetzt keine Karten mehr auf der Hand. Das ist natürlich für sie persönlich betrachtet irgendwie so leicht blöd. Ah, ha, ha, ha. Könnte jetzt theoretisch meinen Herr der Arena ausspielen. Könnte dem sein Leben verdoppeln. Könnte dann mit meiner Blutelfen-Klerikerin und könnte dann nochmal mir eine Karte ziehen. Ah, Champion von Sturmband. Ist jetzt durchaus ein... Müssen wir ernst machen. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Wir haben... Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben noch den... Mit allen Feinden 2 Schaden zu. Hm. Oh. Genau, mein Lieber, du sagst es. Ich kann aber auch momentan nicht, ne. Wenn ich, äh... Ich könnte noch C spielen. Könnte mit ihr entsprechend plus 1 plus 1 geben. Kann... dann das machen. Kann dann das machen. Kann dann das machen. Und kann dann das machen. Es war ein schönes Spiel. Ich freue mich jetzt einfach mal darüber. Hooray! Ich habe mal wieder gewonnen. Ach, ja. Doch, es war... Es war ein interessantes Spiel. Ich habe so eine Zeit lang, habe ich echt gedacht, so, oh, dat, 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 dat wird nix mehr. Das kannst du knicken, dat wird nix mehr. Und, ähm... Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, doch... Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht gelaufen. Man, eigentlich kann ich sehen. Achso. Ah, ne, okay, der Ende... Ah, okay. Gut. Gut, gut, gut. Egal, 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 egal. Bevor ich jetzt hier in meinen Gedanken versinke, wünsche ich euch einfach mal einen schönen Tag, schönen Abend. Und man sieht sich in der nächsten Folge oder in einem anderen Video. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. 要